Weltuntergang Heikos zum Weltuntergang, Teil 6 Ganz ruhig, Kleines. Spätestens morgen kommen, sie auch uns holen. Mauns, verstehen Sie? Wissenschaftler gelangweilt. Außenbordmotor. Ein letztes Goodbye. Deine Welt verglüht lodernd. Es bleibt nur Nebel. Haare fallen aus. Der Schädel lichtet sich schnell. Atom ist modern. Jetzt Friedhofsbesuch. Ein schönes Plätzchen finden, bevor er voll ist. Altes Kampfgefährt. Kommt her, Mutantenhorden! Vor mir die Wüste! Hey, jetzt mal ehrlich. Wer hat die Ameisen bestellt? Komisch ist das nicht. Die Überlebenden? Schlimmer als das Ende selbst. Können die nicht weg? Tanze am Abgrund. Aufstampfen gegen die Nacht. Risse tun sich auf. Wann ist Weltende? Gefangen in der Schleife. Nur noch Montage. Im Wasser versteckt. Unheimliche Substanzen vergiften uns still. Seltsamer Nebel frisst Fleisch, Haut und Knochen auf. Wandert um die Welt. Das war Haikus zum Weltuntergang Teil 6. Mit Haikus von Bari Katze, Florian 666, Judith Stossenberg, Kaidu, Kathi Frenzel, Scratch Katze und Tim Süß. Gelesen von Lobafrosch, Kaidu, Kathi Frenzel, Lille, Rebecca Goermann, Steffen Koßmann und Tim Süß. Produktion Rebecca Goermann und Matthias Kleimann. Diese Produktion entstand im Rahmen der Aktion Weltuntergang des Geschichtenkapsel-Podcasts.